Auf einmal, äh, sie, ähm, sie sind eingeladen zum Vorsingen, ey, hä, wie zum Vorsingen, wo denn, was ist das für ne Scheiße, ne, richtig mit Vertragung für ne Scheiße, ne, geh nicht hin. Bonny, hast du absolut gar keine Rechte, wenn du das machst. Ja, hast du keine Rechte, da verdienst du auch nichts. Du darfst nicht mal Widerworte geben, gar nicht, schon in der Bild-Zeitung erzielt, das ist. Aber habt ihr euch das mal angeguckt, ich hab letztes Mal vorgeguckt, ich hab mich, ich hab mich schreien, wirklich. Das ist so die kleine, blöde Araberin, das, ich bin 1,50 Meter, ey, was wollt ihr überhaupt da, das ist alles scheiße, ich bin voll cool, ich kann singen. Ne, ey, Cosimo und Fabio, zwei Italiener, voll, hast du ihn gesehen? Ja, hab ich gesehen, Cosimo und Fabio. Ey, wie der Aussag, hol die Verkehrsherum an, deine Achseln und so ne Scheiße, leck mich auf Arsenal und ein Video machst. Spani, 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 schreib mal in den Augen, schreib mal in den Augen. Ble Leaf! Blei! Vielen Dank.